Einen wundervollen guten Tag zusammen, willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir anfangen mit etwas, naja, nicht neuen, aber wir wollen darauf aufbauen. Und zwar wollen wir heute mit Advanced OOP sozusagen anfangen. Das heißt, fortgeschrittene Objektorientierung. Dazu gehören Generics, das ist quasi jetzt ein neues Kapitel, okay? Dazu gehören Generics, dazu gehören Operatoren überladen und so weiter und so fort. Und mit dem wollen wir heute anfangen, mit Operatoren überladen. Das heißt, wir wollen, naja, was ist erstmal ein Operator? Das müsstet ihr mittlerweile, glaube ich, verinnerlicht haben. Plus, Minus, Mal, geteilt, inkrementieren. Das heißt, sowas wie, ich mache mal ganz kurz ein Beispiel hier. Wir haben hier eine var x vom Typ int und die ist 42. Wie könnte es anders sein? So, und wenn wir jetzt hier sagen, print x plus 2, ja, dann ist das hier der Operator, der auf den Typen int angewandt wird, okay? Das heißt, das ist eine Funktion, die auf dieses x angewandt wird. x wiederum ist eine Instanz der Klasse int, ja, genauso wie 2. 2 ist auch eine Instanz der Klasse int, mehr oder weniger indirekt, aber es ist eine Instanz der Klasse int. Und was hier passiert ist im Endeffekt, hier werden zwei Integer in eine Funktion gesteckt, die eben plus macht, ja. Und plus machen ist im Endeffekt ein Operator. Und diese Operatoren sind auch Infix-Notationen und sind spezielle Operatoren und die kann man überladen für jede Klasse, die man eben haben möchte. So, es gibt noch andere Operatoren, die werde ich euch dann im Laufe dieses Videos dann zeigen. Aber ja, wir fangen erstmal an. Wir schreiben uns erstmal unsere Klasse. Nennen wir sie einfach mal Vektor. Denn Vektoren sind nichts, was jetzt direkt in Kotlin dabei ist, okay. Und wir wollen hier selbstverständlich einfach nur ein var x vom Typ int gleich x haben, denn wir initialisieren hier das da oben natürlich x vom Typ int und y vom Typ int. Das ist sozusagen ein Vektor, der aus zwei Werten besteht, ja. x und y Koordinate im Endeffekt, okay. Stellt euch das vor wie auf einem Koordinatensystem. Das hier ist die x-Achse, äh, das ist die y-Achse und das ist die x-Achse hier. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich bin zum Beispiel bei x gleich 1920 und bei y gleich 1080, dann bin ich eben ganz, ganz rechts oben in meinem Bildschirm, ja. Weil mein Bildschirm hat 1920 Pixel auf der x-Achse, auf der da, und 1080 Pixel auf der y-Achse, auf der da nach oben. Wenn ich 0, 0 sage, bin ich eben ganz links unten. Und genau, das ist sozusagen das, was wir hier machen wollen. Wir wollen jetzt nichts irgendwie implementieren oder sowas. Ich will euch nur zeigen, wie ihr dann eben mit diesen tollen Werten arbeiten könnt. So, okay. Und jetzt können wir hier sagen, hey, ich würde aber ganz gerne einen Vektor haben, nämlich einen, wir nennen das hier mal nicht x, wir nennen es mal a. Und das hier nennen wir jetzt einfach mal, oh ja, x kennen wir nicht, das ist dann natürlich a. Ja, und was wir jetzt hier mal machen ist, wir wollen auch Plus rechnen können für Vektoren. Klar, weil, ja, wir wollen eben sowas auch machen können. Und das heißt, wir sagen hier, okay, wir haben eine Variable, weg, nennen wir es mal weg a, ist gleich Vektor, und zwar in 0, 0. Ja, und dann haben wir eine zweite Variable, weg b, das ist unser zweiter Vektor, und das ist sozusagen mein Vektor bei 42, 42. So, und jetzt wollen wir, dass dieses Ding ausgegeben wird als Vektor c, und das ist weg a plus weg b. So, wie machen wir das? Nun, Plus ist halt nicht definiert. Wir sehen hier eine riesige Fehlermeldung, die echt ansprechend aussieht, nicht unbedingt, aber, ja, wir wollen hier im Endeffekt Plus rechnen auf diesen Vektoren. Und das machen wir mit dem Operator überladen. So, und dazu können wir einfach hier einige Schlüsselworte verwenden, nämlich Operator, ja, das ist quasi das Erste. Dann haben wir hier Fun, also dafür, dass es eine Funktion ist, und dann das englische Wort für Plus ist Plus, ja, also nichts Besonderes hier. Und natürlich bekommen wir hier einen Parameter b vom Typ Vektor rein, ja. Und jetzt müssen wir hier drin quasi definieren, wie das Ganze eigentlich aussehen soll. Wie kann man denn zwei Vektoren addieren, ja, das weiß ja Kotlin an sich nicht, weil das könnt ihr ja mit jeder Klasse machen. Das kann ja wirklich was extrem Großes, Kompliziertes sein. Das kann eine Matrix sein, das kann ein 100-dimensionaler oder ein n-dimensionaler Vektor sein mit einer variablen Anzahl an Vektoren. Ja, das weiß Kotlin natürlich nicht oder kann es auch gar nicht wissen. Genau, und deswegen sagen wir hier einfach, hey, okay, wir wollen hier eigentlich bloß was relativ Simples haben, und zwar einen neuen Vektor mit x, naja, was ist x? Es ist ganz einfach, das ist dieses x, dieses x plus, mach das mal weg hier, guck mal, plus b.x. Und das y, naja, das ist natürlich unser y aus dem aktuellen Vektor, plus b.y aus dem neuen Vektor hier. So, und selbstverständlich habe ich jetzt mal wieder vergessen, dass wir hier natürlich einen Vektor zurückgeben, was bei einem Operator plus ganz normal ist. So sieht im Endeffekt der Operator plus aus. Und jetzt kann ich hier unten auch einfach sagen, weg a plus weg b und das mal ausgeben. Und dann müssen wir ganz kurz warten. So, und wir sehen hier 44 Vektor add 1 e, bla 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 bla. Ähm, 44, naja, das ist relativ simpel, weil wir hier diese 42 plus 2 haben und hier unten haben wir halt einen Vektor. Damit können wir jetzt relativ wenig anfangen, aber wir können uns die beiden Einheiten von unserem Vektor mal ausgeben lassen, indem wir hier das Ganze nicht direkt als Printline ausgeben, sondern war weg c definieren. Weg c ist gleich weg a plus weg b und jetzt sagen wir hier, okay, gib mir mal von weg c bitte erstmal a aus, äh, x natürlich, und gib mir von weg c, ups, bitte das y aus. So, wenn wir das jetzt starten, dann sehen wir hier schon besser, dass das eigentlich relativ direkt 42 und 42 ist. Warum? Weil 0 plus 42 ist 42, 0 plus 42 ist auch wieder 42. Super. So, jetzt wollen wir aber noch mehr. Wir wollen natürlich nicht nur bei plus bleiben. Plus ist ein schöner Operator, aber leider nicht vollständig. Wir wollen selbstverständlich, und bei Vektoren kann man eben das alles im Endeffekt machen. Ähm, wir wollen hier natürlich auch noch die anderen Operatoren haben. Wir wollen einmal den Minus-Operator haben, das ist relativ simpel. Ja, ähm, indem wir hier einfach Minus machen und da immer vorne dran schreiben Operator, ja. Und ihr returnt da auch immer einen neuen Operator, äh, einen neuen Vektor. Das ist eben sozusagen der Trick dabei. Also, es gibt Minus, ähm, es gibt Mal. Mal wäre Times. Times ist quasi das englische Wort für Mal. Ähm, das heißt, wir haben hier einfach ein Mal. Wir haben selbstverständlich auch ein Plus, äh, ein, eine, ein Geteilt durch oder eine Division. Das heißt Div. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass das überhaupt funktioniert hier, weil das ist natürlich jetzt, ne, eigentlich kein direkter Integer mehr. Ja, aber wir können uns mal ganz kurz angucken, was hier bei 0 durch 42, machen wir mal 1 durch 42, okay. Schauen wir uns mal an, was hierbei passiert. Dann sind wir hier eben wieder bei 0,0 angekommen, weil 1 durch 42 ist, naja, 0, irgendwas halt. Und, ähm, ja, dadurch, dass wir hier gesagt haben, das ist ein Intvektor, haben wir hier automatisch dann wieder ein Geteilt durch, okay. Ähm, dann haben wir Modulo, wobei, wie gesagt, das Kotlin-Modulo ist leider kein echtes Modulo. Ich weiß immer noch nicht, wieso. Das ist quasi das REM, ähm, und das heißt auch REM tatsächlich. Und, ja, das kommt ungefähr diesem Modulo gleich. Ähm, deswegen schreibe ich das jetzt einfach mal hier so hin. Dann haben wir noch, und das ist was Besonderes in Kotlin auch wieder. Ähm, wir haben hier auch die Range-Funktion, die wir hier bei dem Vektor angeben können. Und da geben wir natürlich eine Liste aus, ähm, für diese Vektoren. Das heißt, wir sagen hier, wir haben eine Range von Vektoren, also von Vektor A bis Vektor B, ja. Und das ist ganz cool. Range 2 ist auch ein Operator und der ist relativ besonders. So, was wir hier jetzt nämlich machen, ist, wir geben eine Liste zurück an Vektoren. Und dazu sagen wir, das könnt ihr übrigens auch ganz gerne mal als Übung machen. Pausiert mich einfach kurz, macht das und dann schaltet mich wieder an. Ähm, jetzt mache ich weiter, Achtung. Und wir machen hier jetzt eine Liste erstmal. Also, Range ist ja im Endeffekt, wir wollen von Vektor A bis Vektor B alle Vektoren drin haben. Das heißt, was wir hier sagen ist, wir wollen eine Range haben, ähm, erstmal. Und dazu bauen wir uns erstmal eine Variable, ähm, Liste ist gleich List, ähm, halt, stopp, wir brauchen eine MutableList, off. Und selbstverständlich brauchen wir hier eine Liste an Vektoren. So, und das machen wir jetzt hier mit einer Vorschleife vor. X in, ah, X können wir nicht nehmen, vor I in A.X, doch A., nee, this.X ist es. Also, X bis B.X wollen wir das machen. Und dann anschließend wollen wir, äh, ja, 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 ich habe gerade Python programmiert, es tut mir leid. Klammern, Klammern sind essentiell. So, und dann wollen wir selbstverständlich noch den zweiten Vektor auch durchlupen lassen. Das heißt, vor J in Y bis B.Y. Und da kann es natürlich sein, also da müsstet ihr jetzt noch ein bisschen, ähm, das Ganze absichern. Das ist natürlich nur erlaubt, wenn B.X größer ist als A.X, ja. Das heißt, hier muss B immer größer oder, also quasi der Vektor B muss immer größere Vektoren haben oder Einheiten haben hier. Also X und Y als A, ähm, wenn wir das so machen, also weg A und weg B. Aber, ja, das kann man natürlich auch abfangen und das kann man natürlich dann auch umwandeln. Einfach mit ein bisschen IF, wenn B größer ist als A, dann machen wir das so. Und wenn A größer ist als B, dann machen wir es halt anders. Ähm, aber so wäre das möglich. So, und jetzt fügen wir hier natürlich in unsere Liste .add, fügen wir einen neuen Vektor hinzu mit, ihr habt es richtig geraten, upsala, ähm, einmal mit I und einmal mit J. Wunderbar. Und jetzt haben wir eine richtige Liste an Vektoren, die wir hier zurückgeben. Und, achso, wir müssen natürlich noch selbstverständlich hier den, ähm, Return-Type ändern. Und jetzt haben wir hier im Endeffekt eine, äh, Punkt, Punkt, ja, wir haben diese Range eben erledigt. Und das ist ziemlich cool. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz klein ein bisschen andere Operatoren. Also ihr könnt da noch sehr, sehr viel mehr machen. Aber ich will euch jetzt so gerade mal der Vollständigkeit herüber die anderen Operatoren zeigen. Wir haben einmal den In-Operator noch, das wäre der Fun-Contains-Operator, ja. Ja, das heißt, wenn dieser Vektor, auf dem wir das gerade ausführen, in B vom Typ, ähm, List von Vektor drin ist, ziemlich sicher zumindest, wollt ihr das so haben, dann machen wir das eben so, wie wir es hier implementieren. Ähm, und selbstverständlich wollen wir hier ein Boolean zurückhaben. Boolean, so. Und hier geben wir einfach mal True zurück, konstant, ähm, das überlasse ich euch zum Implementieren. Das ist eine super Übung. Das wäre das Erste. Und dann haben wir das Zweite. Das muss man leider separat überladen. Das wäre, äh, besser gesagt, wären Dinge wie eben Plus-Assign, ja. Plus-Assign ist auch ein Operator und der gibt natürlich auch wieder einen, ähm, beziehungsweise nein, der muss eigentlich gar nichts tun. Ähm, was wir hier machen, ist im Endeffekt, wenn wir hier A gleich 42 haben, dann machen wir hier A plus gleich 42. Dann wollen wir wieder in A reingeschrieben bekommen, dass es so und so viel ist, ja. Und, ähm, das ist quasi Plus-Assign. Dann gibt es natürlich noch Minus-Assign. Dann gibt es Times-Assign, also Minus-Assign. Times-Assign. Äh, Div-Assign für die Vision. Rem-Assign für das Modulo-Assignment. Also, wenn ich hier Modulo 42 oder, äh, Modulo gleich 42 macht, dann ist das das Rem-Assign. Und es gibt aber auch noch Dinge wie, das mache ich mal hier separat, Dinge wie, ähm, Increment, also quasi inkrementieren oder dekrementieren, ja. Das bedeutet, wenn ich hier A plus plus mache, A plus plus, das soll ja dann einfach mein Integer um 1 erhöhen. Das wird dann aus 42, 43 machen, während wenn ich Minus-Minus mache, macht das 42 eben 41. Das ist quasi Ink, beziehungsweise Deck, ja. Quasi 1 erhöhen oder 1 erniedrigen. Was aber dieses 1 ist, das müsst ihr auch separat nochmal definieren. Und dazu müsst ihr eben diese Funktion selbstständig implementieren. Genau. So, und zu guter Letzt noch die Vergleiche, wenn ihr damit irgendwie einen Vergleich durchführen wollt, könnt ihr das natürlich bei eurer Klasse auch überschreiben, ja. Da braucht ihr dann die Methoden Equals. Das wäre einmal euer Operator, der überprüft, wenn ich jetzt hier A gleich gleich B setze, ja. Das macht man ja in Ifs zum Beispiel die ganze Zeit. Das ist Equals, ähm, ein größer als, ähm, wird zu, ah, jetzt ist es ein bisschen kompliziert, ähm, dazu mache ich das, das mache ich nochmal separat hier. Wir haben die CompareTo-Methode noch. Die CompareTo-Methode, die liefert mir einen Int, ja. Das haben wir hier gerade gesehen, wenn wir hier drüber fahren, finden wir übrigens raus, was wir hier erwarten. Einmal hier Equals, ähm, okay, das funktioniert bei dem nicht. Aber hier sehen wir zum Beispiel auch, Deck soll wiederum den Return-Type auch anders anpassen. Und hier soll eben ein Int zurückkommen. So, und wenn ich jetzt hier, ähm, Sachen zurückgebe, in CompareTo, dann bedeutet das im Endeffekt, wenn mein A größer ist als mein B, ne, okay. Ich schreibe das jetzt hier mal gerade kurz in Kommentare. A größer als B bedeutet, hier returnen wir irgendeine Zahl, die größer als 0 ist. Also A, ähm, bezieht sich immer auf This. This ist größer als B und das soll natürlich ein Vektor sein. Ähm, dann geben wir 42 zurück zum Beispiel. Oder irgendwas, was halt einfach größer ist als 0, okay. Wenn A kleiner ist als B, also unser, unser This ist kleiner als B, dann geben wir irgendwas Negatives zurück, okay. Und dann eben gleichermaßen, wenn wir hier größer gleich haben, also This größer gleich B, dann können wir auch noch 0 zurückgeben. Das heißt 0 oder irgendeine positive Zahl. Also irgendwie 0 oder 1 oder 2 oder, oder, oder. Und anderweitig eben, wenn wir sagen, This soll kleiner gleich B sein, ähm, dann eben äquivalent eben eine negative Zahl, minus 1, minus 2. Oder eben hier auch wieder 0. 0 bedeutet im Endeffekt hier die Gleichheit, ja. Und wenn ihr natürlich CompareTo implementiert, könnt ihr bei Equals einfach sagen, okay, ich nehme einfach mal hier CompareTo. Das macht man nämlich normalerweise immer. Ähm, Equals muss, muss ein Boolean zurückgeben in dem Fall eigentlich. Boolean. So. Und dann kann ich hier dann einfach sagen, CompareTo, ähm, mit B gleich gleich 0. So nach dem Motto. Kann ich machen. Ähm, genau. Aber im Endeffekt, die CompareTo-Methode ist die, die ihr eigentlich hier wirklich braucht. Und die macht die ganze Sache natürlich nicht gerade einfacher. Wenn man einfach mit Zahlen arbeitet, dann geht das relativ gut. Aber ansonsten ist das vielleicht ein bisschen Aufwand. Ja, ähm, war jetzt heute viel, was wir gemacht haben. Ich glaube, ihr könnt damit relativ schnell irgendwas anfangen. Ich habe versucht, euch da so ein bisschen reinzufinden, wieder in die ganze objektorientierte Programmierung. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Wie gesagt, macht die Übung, ähm, implementiert so Sachen wie Increment oder Decrement für unsere Vektorklasse. Und ja, nächstes Mal machen wir dann weiter. Da geht es dann in die generische Richtung. Und damit meine ich nicht generische Videos, sondern wir wollen Generics machen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.